Österreich stirbt dann aus mit dieser Tradition. Was? Einer was? Vergeb' uns und zerrasch' uns, wie auch wir, vergeben uns uns schuldig'n! Man muss im Gebet auch ein bisschen vertrauen und auf Gott vertrauen, dass es nicht ganz schlecht wird, wie es in den Kriegsjahren war. Das hoffe ich, dass das nicht kommt. Das wär ganz furchtbar und ganz bitter, wenn so eine Zeit noch mal kommen darf. Solange der eine hinterher baut, die Schüssel, der gibt dir keine Ruhe nicht. Das ist einer so ein Gewehr und einer, der was baut. Dankeschön! Danke! Dankeschön! Wiederschön! Danke! Wiederschön! 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 Untertitelung des ZDF, 2020